Oder ihr schreibt mir ne Strafe auch rein, da mach ich gerne auch, äh, äh, mach ich nicht gerne diese Strafe. Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem lieben Florex-Kanal und der einzig wahrige Wolfi ist mit dabei, uuuuh. Äh, wer es nicht weiß, er war mal Supporter, da war er noch cool, jetzt ist er Developer und, ja, ihr wisst ja, was Developer heißt, da kommt dann sowas wie ich raus. Ähm, also jetzt, äh, nur noch so ein Wolfi, so mit Dev vorne dran. Eigentlich müsste der Junior-Dev stehen, ja, vollkommen unverdient. Äh, jetzt haben wir die App nicht ausgewählt. Naja, egal, was war das, Castle. Ah, Castle ist bestimmt auch ganz cool. Ja, ähm, wir spielen heute eine Runde YouTuber gegen YouTuber, beziehungsweise YouTuber gegen Teammitglied. Einfach, einfach diese Business-Runden, ihr kennt es, Leute. Und heute führe ich wieder ein altes, für ganz alte Zuschauer ein ganz altes System ein. Und zwar, ähm, habt ihr vielleicht auch schon im Thumbnail oder hier nochmal eingeblendet, die Sterne schon gesehen. Und zwar können, oder wenn diese drei Sterne voll sind, ja, dann, ähm, gibt es ein Gewinnspiel oder eine Bestrafung, die ihr mir in die Kommentare schreibt. Ähm, das heißt, ihr habt immer die Möglichkeit, da auch mitzuwirken. Der eine Stern wird ausgeführt, sollte Wolfi jetzt gegen mich gewinnen. Und, äh, der andere Stern, der, äh, wird ausgeführt durch Likes. Und sollte das Ganze so eskalieren, dass, äh, ihr irgendwie hier das Doppelte an Likes schafft und ganz viele Kommentare schreibt, ähm, dann wird dieser Stern auch ausgeführt. Das ist aber natürlich nur ein seltener Fan. Und ich seh schon, der Wolfi kommt hier direkt an, Alter. Wolfi, ich glaub schon, gibt's nicht. Kannst nicht einfach hier direkt ankommen. Nein! Was? Wolfi! Kannst nicht einfach durchrennen und so sagen, ja, jetzt baue ich mal das Bett ab. Die Option gibt's nicht. Naja, zumindestens deswegen jetzt schon mal Daumen nach oben da lassen. Ähm, damit könnt ihr dann auch mitbestimmen und so. Ich würde mal sagen, was für eine Zahl sollen wir festlegen? Wie viele Likes sollen die so schaffen? Was denkst du so? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du, was du so normal... Was durchschnittlich so kriegst. Und sagen wir, ihr müsst schon, ja, schon mehr als, äh, 30 bekommen. Oh Gott. Nein! Als ob! Wolfi, wir haben ja gesagt, besser auf viel, oder? Ach, haben wir. Ja, klar haben wir das gesagt. Leute, das habt ihr doch alle gehört. Ich blende's euch jetzt gerade noch mal ein. Ja, also, ähm, ich find das System eigentlich ganz cool, weil so könnt ihr jetzt auch quasi mitbestimmen, wann ihr ein Gewinnspiel haben wollt, beziehungsweise mich, oh, mich leiden sehen wollt. Und, äh, ja, der Weg ist, glaub ich, relativ kurz, immer bis zur Mitte und so. Deswegen, diesmal werde ich aber was besser machen, Wolfi. Da kannst du nicht einfach den machen, den du vorher eben gemacht hast. Kannst du nicht einfach sagen, so, nur Fluecks. Dein Bett gibt's auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Ey. Ey, Wolfi! Hallo! Ich hab gehört, dein Bett ist wieder weg. Was machst du denn, Alter? Nein, 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 Wolfi, warte! Und jetzt? Nee, Wolfi, das kann ich hier auf mir sitzen lassen. Ich mach jetzt noch eine, eine letzte Runde. Und da kommt's jetzt drauf an, was mit dem dritten Stern ist, ja? Also, ob den dritten Stern auch noch bekommt. Dann hängt es nur noch an euch, Leute. Aber, Alter, das Video, ich muss auf meine 10 Minuten kommen. Was ist denn mit der Werbung und so da drin? Oh ja, die Map, die find ich gut. Wobei das Bett da so vorne ist, da kannst du wieder einfach sagen, hm. Diesmal nicht, Wolfi, diesmal nicht. Bin, war nur nicht eingespielt, weißt du so. Und jetzt gewinn ich die Runde. Und dann... Dann muss ich nicht unbedingt nächste Folge schon was verlosen oder so. Ähm, ja. Übrigens, Leute, ich werde dann natürlich immer die, ähm, Kommentare unter dem letzten Video, ähm, durchgucken. Beziehungsweise mit einem Random Generator, ähm, durchgucken. Und dann, äh, kann sogar sein, wenn, solltet ihr jetzt dann auch die Likes schaffen, würde ich euch empfehlen, einen Kommentar zu schreiben. Weil ihr natürlich dann auch in der nächsten Folge aufgelöst, weil, äh, weil das aufgelöst wird. Oh, nein! Als ob! Hä, wo ist hier überhaupt Eisen? Äh, rechts. Irgendwo längst, oder? Ach, da. Hä, du musst doch wissen, hä? Du konntest doch grad sehr weisen. Der Bett ist weg, tschüss! Oh, Gott! Wolfi. Nein! Das war grad so schlecht! Oh mein Gott! Gott, was hast du grad gemacht? Ich dachte so, hä? Was hast du denn nicht gefahren? Ich dachte so, hä? Hattest du gerade eben Hexan und so und jetzt spielst du normal? Leute, ich dachte so, der ist Developer, der muss scheiße sein und so. Dachte so, ja, erste Runde, verliere ich keinen Stern, so. Ihr schafft zwar die Likes, okay, gut, einer, aber jetzt habe ich schon einen schnell verloren. Es geht grad um den, äh, letzten Summers, ist richtig. Oh Gott! Ja! Nein! Nein! Wolfi! Wolfi, die Option gibt's nicht. Nicht? Sehen wir ja gleich. Da bin ich nicht mehr so fan, wie grad eben. Oh mein Gott! Keiner weg! Boah, ich bin richtig schön im Block festgebackt, Alter. Richtig schön. So richtig weißt du so, denkst du dir so, als ob du da wieder angelaufen kommst. Kleiner Flitzer. Was willst du? Nein! Ich hätte einfach mal dran denken können, dass du auch einfach... Nein! Wolfi, ohne Spaß! Nein! Du hast eh... Nein! Bitteschön. Also, like das Video und Flo muss laden. Ist nicht dein Ernst, oder? Boah! Alter! Gefühlt... Ey! Ohne Spaß! Wolfi, die spiel ich nie wieder. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst keinen Daumen nach oben da, das ist wichtig. Nicht da lassen, ja? Ihr könnt gerne einen Kommentar schreiben und so. Zwei Sterne hat Wolfi damit schon mal für sich geholt. Wie gesagt, ein Stern entscheidet immer über die Likes und die Sterne werden sich natürlich über die Videos weiterentwickeln. Das heißt, wer solltet jetzt die Likes oder so nicht schaffen? Wie viel hatten wir gesagt? 30, glaube ich. Ja, möglich. 30 Likes müsst ihr schaffen. Dann habt ihr die auch vor und dann kommt ein Gewinnspiel. Das heißt, ihr könnt was in die Kommentare schreiben oder ihr schreibt mir eine Strafe auch rein. Dann mache ich gerne auch... Mache ich nicht gerne diese Strafe, aber dann gucken wir... Gucke ich mir das mal an, ob da irgendwelche Strafen drinstehen, die machbar sind. Ja, ich hoffe, euch gefällt das neue Format. Die erste Folge war ein bisschen fail, aber naja, ich hoffe, es ging soweit. Hau rein. Ciao, ciao und ja, lass dem Wolfi mal hässliche Grüße da, wenn er irgendwie irgendwo ist. Sagt einfach, Wolfi stinkt. Das ist immer eine gute Möglichkeit. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.